Say? Nein. Warum nicht? Darum. Warum frag ich eigentlich? Weil du das Wort Darum hast. In 23 Tagen ist Weihnachten. Ist mir bekannt. Und dann sitzt du hier noch rum? Was soll ich sonst machen? Schreien im Kreis rennen? Warum nicht? Es ist nur Weihnachten, nicht der Weltuntergang. Wir sollten langsam Geschenke kaufen. Warum? Weil in 23 Tagen Weihnachten ist. Noch 23 Tage Zeit. Klasse, am Ende bekomme ich wieder dasselbe wie letztes Jahr. Willst du dich jetzt über die Tüte voll Luft beschweren? Du wolltest die Tüte wieder haben. Ich hab dir dann noch was richtiges geschenkt. Stimmt, allerdings hatten wir dann bereits Januar. Ich bin eben ein bisschen langsam. Ein bisschen ist gut. Ich hab mal ein Geburtstagsgeschenk am 30. Dezember bekommen. Aber du hast eins bekommen. Wäre ja noch schöner gewesen, wenn nicht. Ich hab auch nichts bekommen. Ja, ist darauf schon. Ja, gut. Du hast gewonnen. Wir können Weihnachtsgeschenke kaufen. Jetzt? Warum nicht? Vielleicht, weil heute Sonntag ist? Warum nervst du mich dann damit? Ich wollte dich vorwarnen. Interessant. Können wir morgen in die Stadt fahren? Das können wir sicher. Nur ob ich Lust dazu habe. Ich drehe nochmal mit dir durch. Ich weiß. Gemein. Das ist die Welt, mein Herz. Komm, lass uns Geschenke im Internet kaufen. Ernsthaft? Nein, mit Witzen. Okay. Du? Ja? Leistst du mir ein bisschen Geld? Nein, mit Witzen.